Der kommt aber nicht, das ist gut. Wo ist er denn? Da irgendwo, oder? Da. He 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 he. So, den hier hinten haben wir ja auch abgemurkst. Den können wir auch mal wieder ein bisschen was abnehmen. Da, dazu genommen ein paar Granaten für uns. Huh? Wer ruft da? Wer hat da den Drang zu sterben? Moment, der hatte doch eine AK. Eine Kalasch. Gib mir Munition von Kalasch. Habe ich bekommen von Kalasch. So, und wir bleiben mal ein bisschen im Dunkeln. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser für uns. Hat der irgendwas Schönes? Der hat ja gar nichts. Was bist du denn für einer? Du Schwein. Und hier haben wir sie jetzt erstmal alle ausgelöscht, okay? Boah, was die alles dabei haben. Hier, das, so mag ich das. So muss das nämlich sein. Und du, Kalaschmoni. Oh, oh. He, zweimal in den Kopf und dann lebt er immer noch. Scheiße. Jetzt geht schon, hops. Ja, geht doch. Ah, also das ist leider nicht so die stärkste Waffe, ne? Da hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Also zumindest, wenn ich einen Headshot gebe, dass die dann sterben, ja. Das hätte durchaus drin sein können. Da, da habe ich was gesehen. Da ist auch einer, einer. Jawohl, der war doch gut. Zwei Schuss, damit kann ich fast leben. Komm, gib mal eine Revolver, Muni. Es ist doch scheiße hier. Kann ja nicht wahr sein. Da fliegt mir schon wieder was um die Ohren. Ich weiß nur noch nicht von wo. Oder von dort oben? Habe ich dort was gesehen? Tschau, tschau. Irgendwo ist einer. Ja, wo ist er denn, mein Kleiner? Hier sehe ich ihn nicht. Wird gleich wieder voll die Überraschung wahrscheinlich. Dass ich mich hier total blamiere. Ich fall dann hier runter, weißt du? Das ist bestimmt schon so ein Schützenwagen oder so. Ha, Schützenwagen, was ich beim Schützenfist. Aber die können doch nicht weit sein. Da unten bestimmt. Ist er dran? Ne, ich habe ihn noch nicht getötet. Komm her! Du Schwein! Wo ist der Schweine... Wo ist der Schweine in den Zinn gelaufen? Wenn der jetzt hochkommt, bin ich eh gearscht. Da drüben geht es direkt... Oh, nein, 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 nein. Komm, verstecke ich erst mal wieder. Das ist halt das Blöde. Auf die Distanz habe ich wenig Waffen, die mir helfen. Oh, krass. Jetzt kassiere ich gerade richtig hier. Nein. Der ist auch weggelaufen, das Schwein. Und die dort sehe ich nicht wegen dem Nebel. Das ist ganz, ganz blöd. Ich möchte ja eigentlich alles durchsuchen. Obwohl... Moment, hier oben kann ich doch bestimmt drauf, oder? Herr General, ich begrüße Sie. Gibt es ja noch mehr? Mehr hat er nicht. Ach komm, ich lasse ihn jetzt stehen. Wir müssen eh hier runter wahrscheinlich, oder? Ja. Hier jetzt lang. Boah. Wir sind ja Shooter King. Bäm, Junge. Bäm, bäm, bäm. Bäm. Zwei getötet. Ohne zu sterben. Auf offener Fläche. Das ist ja schon mal richtig gut für uns. Kommt da noch mehr? Alles her. Ich rapee dich aus. Ah, sehr gut. Oh mein Gott. Gewehr-Monnie. Sehr gut. Oh Mann. Ach, Gewehr-Öhr. So, Volver-Monnie. Wo ist denn da schon wieder einer? Wer kann mich denn hier schon wieder sehen? Sie haben ein Nachtsichtgerät. Jawohl. Ist ein bisschen hell. Wir werden das erstmal lassen, glaube ich. Moment. Das hat verschiedene Modi, oder? Jawohl. Das lassen wir einfach mal auf. Das ist voll praktisch und so. Da ist aber keiner. Als ob hier keiner um die Ecke steht. Das kannst du mir nicht erzählen. Aber mein Sichtfeld ist so eingeschränkt. Das werden wir mal gerade... Gerade wieder wegnehmen. Mein Gott. Ich bin so aufgeregt. Wenn man dieses Rumgeballer, meine Fresse. Könnt ihr nicht mal aufhören damit? Wow, 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 wow. Den habe ich nicht... Das habe ich nicht kommen sehen. Den werde ich ja nicht getötet haben. Wow, jetzt wackeln wir mal ganz schön. Obwohl, ich glaube, ich habe ihn getötet. War gut. Ja, die Waffe ist halt... Wow, da steht schon der nächste. Ich habe nicht genau gesehen. Pass mal auf. Vielleicht trifft mir jetzt das Nachtsichtgerät. Da. Guck mal, wie mir das hier... Von da schießt aber auch einer. Aber fliegt wo? Von dort oben, ne? Vieh, Schweine. Nein, ist mich tot, wa? Oh, nee. Das wird doch jetzt nicht hier komplett normal gespielt werden müssen. Von hier. Okay, das ist ja vernünftig. Hä? 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 Kann man mal erholen. Von dieser Schmach. Aber das sind auch so ätzende Typen da. Mein Gott, man sieht es auch so schlecht, ne? Ich will mich hier hier nicht rausreden, aber... Haha, da habe ich direkt wieder bei den Haufen geschossen. Nein! Ich frage mich, ob ich den von oben kriegen muss. Das ist bestimmt die Aufgabe. Gehen wir gerade nochmal hoch. Vielleicht treffe ich ihn dann besser. Obwohl gerade sind wir auch ziemlich im Sack, ne? Ich muss mal so sagen. Ich frage mich, was das oben heißt. Irgendwo da. Ich sehe ihn aber so schlecht. Da. Da, da, da. Da. Wo bist du, du Schwein? Ne, komm, das hilft mir aber nicht. Wow, duck dich! Oh, mein Gott. Also, das ist jetzt echt beschämend hier gerade. Shisha-Shooter-King. Das sind wir nämlich nicht. Ich glaube, ich renne da jetzt rüber. Sobald ich ein bisschen erholt bin. Weil da steht ja noch ein anderer Typ, den ich kriegen muss. Ich komme da nicht hin. Ohne Witz. Also, das ist... Ist gerade nicht so leicht. Und wenn ich schneller renne? Noch schneller? Ne. Siehste? Siehste, keine Chance. Obwohl, ich muss mich, glaube ich, erst mal ein bisschen erholen. Das lasse ich gerade nochmal durchgehen hier. Ich werde das gerade nochmal für den Puch. Wir ballern wild in der Gegend rum. Wir sind ein Texaner. Und hier runterfallen scheinen ziemlich ungesund. Das sollten wir auch lassen. So, ich glaube, wir sind gleich ganz erholt, ne? Pass mal auf. Wir probieren das einfach mal. Da steht noch einer. Hä? Ich dachte, den hätte ich getötet. Na, den... Den schnappe ich mir jetzt aber. Meinen Freund. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Zumindest habe ich gerade aus dem Augenblick gesehen, dass hier einer ist. Ja, wir sind drüben. Wir sind drüben. Wir sind drüben. Wo ist er? Da. Hey, Heddy. Jawohl. Ich glaube, das war mein erster richtig guter Treffer. Oh Mann. Oh Mann, ey. Wie oft ich jetzt an dieser Stelle gestorben bin. Ich will es gar nicht nachzählen. Naja, dann freuen wir uns jetzt, wenn wir da hochkommen. Das wird ja bestimmt richtig lustig. Da ist keiner. Okay. Sagt Gute Nacht, Mädels. Gute Nacht. Oh, ist er gefesselt? Ne, hä? Warum liegt denn der so komisch? Sieht ja witzig aus. Runter. Na jetzt, pass mal auf. Jetzt haben wir nämlich Spaß da hoch. Jetzt kriegen wir richtig Spaß. Entweder stehen sie da schon und schießen uns in Fetzen oder von der anderen Seite gleich. Da bist du ja? Hat er mich schon gesehen? Kann ja wohl nicht wahr sein. Alter, der Sniper hier. Boris, das war wohl nix, wa? Netter Versuch. Schnell wieder runter. Schnell wieder runter. Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Ihr verliert jetzt auch mal Männer. Oh Mann. Das sind zu viele gerade. Komm, zeig dein schönes Gesicht. Au. Au, au, au. Ins Knie. Pass auf, wir wechseln jetzt mal her auf die neue Waffe. Die will ich jetzt mal testen, ob die was kann. Lauf, 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 lauf. Wow. Lauf, lauf, lauf. Nein, das sind nur Tücher. Ich kann mich hier nicht verstecken. Oh, Waffen. Alte Waffen. Nicht benutzbare Waffen. Da liegt einer. Ach, der ist nicht tot. Dann heizen wir den mal damit ein. Boah. Da muss er alles laden. Haha. Aber 20 Schuss sind gut. Der ist tot. Der auch. Jetzt mal gerade gucken. Wie viel Schuss habe ich denn noch für meine, mein Pistülchen? Wir müssen das so ein bisschen gleichmäßig machen, weil sonst rauben die uns hier komplett alles. Komm her. Jawohl. Der war gut. Da war aber noch einer. Ich glaube, ich habe ihn getroffen mit dem Letzten. Ich bin mir ja nicht mehr ganz sicher. Na? Doch. Doch. Komm, geh hops. Wo ist er hin? Jetzt ist er da. Na, die Position habe ich eben schon mal gut getroffen. Jawohl. Wieder einer weniger. Aber nur noch zwei Schuss. Wir müssen jetzt wieder auf AK gehen. Nein, nein, nein. Und bei Tüchern kann ich mich nicht so schlecht verstecken. Wo ist denn der? Da irgendwo. Der Sack. Du kleiner Penner, ey. Pass mal auf. Ich heize dir aber richtig ein. Hab ich ihn getroffen? Ich hoffe mal. Ich habe da irgendwas getroffen. Komm, komm, komm. Zeig dich. Zeig dich, du Schwein. Da läuft einer. Noch einer weniger. Ich bin gerade hart aufgeräumt. Haben die irgendwas dabei? Die haben hier geschlafen. Ich hätte mal gesagt, die haben keine Munition dabei, ne? Aber da liegt noch was. Uh, Munition. Ganz hinten durch werden sie jetzt wahrscheinlich stehen und mich die ganze Zeit hier ins Visier nehmen. Da ist noch was. Und du? Und du? Filter? Ja, nee. Ach, Filter brauchen wir ja nicht, ne? Wir sind ja hier nicht, nicht in der Metro, wo man Filter brauchen könnte. Aber jetzt gibt es endlich mal wieder ein bisschen Money, ey. Das hat mir so gefehlt. Oh mein Gott. Da hinten bestimmt auf dem gleich hohen Posten. Ne, ich sehe keinen mehr. Cool. Ach, hier. Wieso kuscheln? Ist es nicht romantisch, meine Freunde? Man müsste ihm jetzt die Hand auf den Hintern des anderen legen. Na, was war das denn? Was seid ihr denn? Komm mal her. Mir muss doch irgendwo noch was am Leben sein. Ich will auf irgendwas schießen. Verdammt, ey. Alles ausgelöscht hier. Wir waren einfach zu ordentlich. Nee, die will ich nicht haben. Ich will meine eigentlich behalten. Aber ich glaube nicht, dass das alle waren. Da sind bestimmt noch welche. Boris und Wladimir sind doch bestimmt hier noch am Pläne schmieden. Und hier drüben. Hier war ich nämlich noch nicht. Und dieser Gang ist mega gefährlich, hätte ich mal gesagt. Ach, Muni ohne Ende. Geil. Also 88 Schuss ist schon ziemlich viel, ne? Da. Ich meine, wir können über das normale Feld laufen. Ich weiß nicht, was mir dieser Gang jetzt hier bringen soll. Wo komme ich denn da raus? Da ist keiner mehr am Leben. Obwohl da hinten auch echt fies geballert wird. Aber hier komme ich nicht durch. Okay. Gut, gut. Ey. Auf da. Also bei so vielen bin ich ja mal recht vorsichtig. Weil ich keinen Bock habe, hier tausendmal zu sterben. Da ist ein Licht. Schau ins Licht, mein Freund. Mal gerade ein bisschen spähen. Okay, da ist aber keiner mehr. Nee. Alles gut. Alles gut. Komm. Wir sind hier hart im Vormarsch. Trotzdem traue ich dem Braten noch nicht, dass hier keiner mehr lebt. Sonst, meine lieben Freunde, würde ich aber sagen, den letzten Vormarsch nach da vorne zum Licht, den Weg ins Licht, nehmen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Metro 2033. Ja, hier wird schon hart auf uns eingeschossen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin. Euer Shavo. Ciao.